Also hallo Leute und willkommen bei Folge 5 des Dings, diesmal ohne Halloween-Special. Hallo Leute, was geht? Ja, wir haben kein Halloween mehr, ne? Oh, ich fall immer runter. Echt jetzt immer. Ja, was wollen wir heute bauen? Oh, einer sind mein erster Tod, der geplante Tod. Wir müssen es irgendwie mal ausstopfen. Ja, weil ich glaube, wir haben noch ganz... Schau mal nach, ob es so ein Weed fällt. Weed fällt? Ich bin da drauf getrackt. Ach, das hat keiner gesehen. Ja, ich weiß, weil ich es nicht da bin, aber ich komme gerade und gucke es mir an. Oh, ein Fiesling. Ey, ich glaube, ich habe eine Hacke dabei. Komm her. Ja, warte, ich muss was essen. Ich habe Brot. Was? Ich habe noch ein bisschen Brot. Cool. Ich habe irgendwie keinen Bock, das auszuschopfen, weil das Land ist. Ey, ey. Guck mal, hier schwebt Sand in der Luft. Ach, stimmt, weil Schnee drunter ist. Stimmt, Schnee gilt als ein Block, ne? Ja. Guck. Oh, oh, guck. Guck. Guck, warte, ganz kurz. Ich brauche eine Erle. Guck. Warte, was passiert, wenn ich das unter dir abbaue? Du fällst runter. Komm, wir schlafen kurz, weil ich mag ein bisschen Tiere, die haben, aber ja, ich... Tiere, die haben. Komm, wir hatten keine Action-Maction. Komm, machen wir ein bisschen Action-Maction. Hey, ich glaube, der Sand nicht bekommen hat. Lock in the... Ich will gar nicht schlafen. Hä? Ja, hallo. Oh, ja, ich geh mal. Oh, warte, ich muss niesen, kurzer Cut. Ciao, bis gleich. Nach dem Cut, ciao. Ciao. Ähm, okay, das war der kurze Cut. Er hat getrunken, ich hab genießt. Okay, ich wollte niesen, konnte aber nicht. Ja. Jetzt leg mal weiter, los. Ähm, wir brauchen noch Eisen und so, ne? Ja. Oh, mein, im Hintergrund ist immer noch so ungeordnet, weil du es kaputt gemacht hast, äh, weil du mich getötet hast. So, ey, Strafpunkt hast du noch. Das war für Ding, das war für Einzelspieler, das war nicht aufgenommen, oder? So, das war auch aufgenommen. Du bist bei mir leiser, rede lauter. So besser? Ja, besser. Okay, gut. Äh, Strafe, ähm, die Strafe wäre, oder was? Gib mir dann eine... Schreibt mir mal die Kommentare. Ja, äh, schreibt mir Strafe in die Kommentare. Ja, klar. Wollen wir das wie, wie zwei Abonnenten machen, zum Beispiel wie, also, wie, die Weihnachten, halt so, mit solchen Strafen? Ja, klar. Aber, wir haben keine Facecam, wir beide. Doch, Skype. Skype ist aber keine Facecam. Ja, und? Könnten wir benutzen. Aber, ich kann mich ja selber Facecam, aber, würdest du Facecam jetzt schon machen, oder so? Als Skype-Facecam und so. Bitte? Nee. Will ich doch nicht zeigen. Ich bin viel zu, nie zu ernst. Äh, jetzt hab ich meinen Namen gekocht. Und ich hab meinen Namen gesagt. Wenn ihr gut aufgepasst habt, kennt ihr jetzt meinen Namen. Das heißt, Erkan. Ja, Basti. Haben wir heute Lust zur Haaremaung, du bist? Ich hab's nicht. Die Anna liegt rund. Nein, das nicht. Was geht denn noch nicht, wenn mein Kopf zu behindert ist? Hm, hallo. Guck mal, was ich mach. Hast du gesehen? Na klar. Ich hab' noch 36. Ich hab' noch 36. Oh, ich bin behindert, wenn ich mich bewege, fahre ich mich rutsche. Komm, wir gehen in die Höhle. Ja. Ja, okay, warte ich jetzt. Warte, legen wir unsere Sachen weg. Ich hab' noch Glas und so dabei. Wir, wir haben eh nur noch 5 Minuten. Warte. Das ist eine Kuh, die nehm ich gleich mit. Hi, Kuh. Äh, ich mach mir, glaub ich, noch paar Fac... Ach, ich hab' noch eine Fackel in der Kiste. Ei, nein. Ja, ja, ich nehm' mir ein bisschen Sticks mit und ein bisschen Holz. Ich hab' Sticks. Ja, ich nehm' mir, glaub ich, drei Holz mit einem Knochen. Mit halber Rüstung. Warte mal, lass mal, du machst mal die Rüstung voll kaputt. Die ist schon etwas sehr hart beschädigt. Ey, du bist wieder leise. Boah, lass mal dein Mikro mal dran. Was? Lass mal dein Mikro dran. Also, komm, wir machen weiter. Weil meine Schuhe sind kaputt gegangen. Er hat sie den letzten kaputt gemacht. Das war der Wind. Ich hab' drei Spitzacken dabei. Ich hab' eine dabei, die noch ganz neu ist. Aber eigentlich ein richtig kaputtes Schwerf hab' ich dabei. Fällt mir erst gerade auf. Alter, Schweine sind schnell. Schweine sind schnell. Nein, du, nichts gegen die. Ich hab' echt nichts gegen Schweine. Hä, warum kommen da reinvollen? Wo denn? Im Schnee. Wo ist der Schnee? Nein, ich liebe diesen Schnee. Wo ist das? Luftschnee, meinst du, ne? Wo bist du? Ich weiß nicht. Ich guck. Wo bist du? An der Bonustour. Äh, an der... Hey, ich hab' eine neue Steinax und ein bisschen Holz und ganz viele Spitzacken. Ich bin... Ich bin da drin, ey. Ja, ein paar Fakten sind da. Hä? Das sind ja zwei Bonus-Tour dann. Hä, wo ist noch eine? Ah, ja stimmt, ein Messborn, zwei. Und Rose... Boah, ich nehm... Nimm die roten Dingern, äh, die roten Rosen mit. Warum? Ich will mir einen Boden mit roter Wolle machen. Da, wir wollen uns dann nicht sofort gleich ein neues Haus bauen, das ist etwas mitgekriegt. Ja, okay. Ich hab' nehm' die schon auf, aber wir erst mal noch eine Hölle kommt. Sechs Minuten, oh, komm, machen wir die Minute dreizehn, vierzehn Minuten dann. Ja, okay. Ich wollt' nur eigentlich zehn Minuten aufnehmen, weil es braucht sehr übelst lange. Wie lange braucht das? Äh, wie viele Minuten? Wie viele Minuten, Video? Ähm, viertel Stunde. Fünfzehn Minuten, also. Ja. Ja. Es soll sein, drei Stunden, fast vier Stunden, ja. Drei bis vier Stunden, kann ich es bestimmt brauchen. Wo bist du? Ich bin irgendwo, hier mir irgendwo. Ah, ein Fisch macht glaub' ich drei, oder? Ja. Ah, gut. Ich hab' deinen Fisch geklaut, gemopst. Du Hund! Ich hab' ihn nur gemopst, okay? Alter, wie bald weg bist du? Ich bin irgendwie losgegangen, ich werf' ein bisschen Schnee in die Luft, vielleicht findest du nicht. Siehst du, wo die Schneewelle in die Luft fliegen? Da bin ich. Da bin ich. Ich hab' keine Schneewelle mehr. Da ist ne Kuchen, kann ich mitnehmen? Die Kühe sind gut fürs Leben. Grundgut fürs Leben, oh, Alter, ging das so tief runter, glaub' ich. Ah, ne, da spring' ich jetzt runter. Wo bist du? Nein, nein, nein. Ich hab' Eisen gefunden. Echt geil. Und, ich spring' nochmal runter. Ne, ich grab' mich runter. Wo bist du? Hier, genau unter dir. Mit dem Eisen mach' ich mir jetzt ne Rüstung dann, weil... Ja, Skelett, du Hund. Ja, dann beschütz' mich. Na, gib' mir ein Fackel. Okay, gleich, warte, ich will das Eisen mitnehmen und mir ne Rüstung da ausbauen. Weil, du hast ja mein Eisen gemopft. Mama, ich sterbe! Mein Herzen! Komm her, komm her, komm hinter. Ich baue das Eisen zu lang ab. Hinter dir ist ein Zombie! Was? Nein, doch, ich hab' das so... Hau meine Herzen, wenn ich sterbe! Ja. Leute, gib mir das... Äh, weh, du läufst mir den Weg, okay? Ich baue grad Eisen ab. Geh da weg. Baue dich irgendwo ein. Ich hab' dich abrichten. Ja, aber ich bekomme das Eisen. Ja. Wir haben 5 Eisen. Ich will mal fahren könnten. Ich hab' selber nur 10. 5 sind besser als gar nix. Man kann ja nicht auch viel umpuppeln, ne? Hier ist Krohle geil und ich hab' die Lebe dabei. Alter, ich krieg'... Oh, nee, warte, ganz kurzer... Kurzer Cut bis gleich vorne ist. Oh, so, tschau. Das war'n kurzer Cut, ganz kurzer Cut, waren nur 10, 20 Sekunden, weil ich musste vorgehen und das August machen, weil, ja, da hat er grad nicht die Batterie gegeben. Aber ich halte ihn nicht. Echt? Also wir machen uns als nächstes, machen uns beide ne Rüstung. Hier ist Kohle, wenn du brauchst, das Eisen. Und ne Steinspitze hab' das echt langsam, irgendwie, ne? Lass mich bescheiden, Göttnir. Du kennst die Letzte. Mox, hier einen Bogen mit Stärke 1. Wir nehmen schon fast 10 Minuten auf. Ja. Ah, Rotpilz. Ja? Oh, so. Braumpilz. Braumpilz, du Böser. Ja, du magst Braumpilz, ne? Ja, ja, klar. Viechding, ich nehm' die roten Pilze mit. Ich weiß, wo Braumpilze gibt's. Im Sumpfio. Da gibt's Braumpilze. Ich hab' noch mehr Eisen gerade gesehen, so daneben, aber ich hab' vergessen, wo. Aber ihr macht's immer andere Maracke? Ich nehm' bisschen Kohle mit, eine. Weil ich mir jetzt Ding machen will, fackeln. Nimm' dir auch bisschen Kohle, dann kannst du dir noch ein paar Fackeln machen. Okay, äh, hab ich noch... Ich mach' mir noch Ding. Eins, zwei und drei. Hab' mir drei Kohle noch, genau. Und mach' mir mit den drei Kohlen noch mehr Fackeln. Geil, ich hab' ne Mine gefunden. Oh, Mine, Mine. In der Aufnahmzeit. Lava, Lava. Was willst du mit Lattes, Junge? Kroden? Creeper, Creeper, Creeper. Ah, Boden, Boden, Boden. Ach, oh, Skelett hat den doch getötet. Scheiße, wie soll ich den Namen nochmal gehauen? Ah, da war das halt, hm. Ich hab' nicht falsch gesehen. Die Folge ist so spannend für mich. Ich will einfach weiterspielen, aber ich kann nicht. Leider. Wir beide würden auch gerne weiterspielen, aber wir müssen auch einen echten Cut machen. Dann kann ich mit... Geil! Man kann Skilette mit Ding abwerfen, mit Schneewellen und so. Ich weiß. Ich dachte nur den Enderdrachen. Nimm fleißig Eisen mit. Hast du schon eine Kiste gefunden? Hast du schon eine Kiste gefunden, Matthias? Was? Oh, was? Oh, scheiße, ich hab' nur drei Herzen. Echt? Ja, hinter mir ist ein Creeper beim Ding explodiert. Komm, explodiert, du scheiß Creeper. Okay, der hat mir wenig Schaden gemacht. Ich glaub' nur halbes Herz, weil ich geblockt hab'. Und? Ah, das ist geil. Ah, das ist geil, du magst. Oh, scheiße, ist der spannend. Und wir haben zwölf Minuten. Ich will weitermachen. Die hast du? Die hast du? Warte, nicht abbauen, nicht abbauen. Ich will, ich will, dass du sie in der Aufnahme abbauen. Oh, du wolltest mich verarschen, Schuchte. Ich nehm' noch kurz bisschen Eisen weg. Ich bau' mich nie wieder unter Eisen. Das ist einmal passiert und ich will's nicht nochmal haben. Ey, mach, du bist wieder so leise. Mach wieder dein Mikro oder was so. Fass dran. Ja, bei mir, ich hasse Eisen. Ich bau' nie wieder Eisen unter mir ab. Ich hasse Eisen. Okay, ich liebe Eisen. Besser? Klar. Mann, du hast kein Eisen mitgenommen. Du weißt schon, was ist wichtiger für dich? Dias oder Eisen? Dias. Eisen. Eisen? Doch. Dias, ey, wenn man Dias einmal machen könnte, und so würde ich auch Dias sagen. Kann man so ein Dias einmal machen? Ja, ich hab' keine Kohle. Ich hab' Kohle, glaube ich. Ne, ich hab' selber keine Kohle. Ich hab' nur 33 Eisen. Nein, 32. Eis. Eis. Ich hab' schon. 13 Eisen. Eisen hast du, Eisen. Klar. Ich geh' durch den anderen Gang, da hast du die Eisen. Die Eisen. Die Eisen. Da hast du die Eisen übergeben. Beste, die Eisen. Ich hab' Kohle gefunden. Klar, du find' ich Kohle, aber ich nicht. Ähm, du bist an der Kohle vorbeigedankt, Idiot. Ich nehm' mal kurz mit. Ein Lava. Äh, ein Kleiner Spock. 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 Ich esse gleich mein Rot, aber ich hab' nicht mehr viel Essen, deswegen will ich ich sparen. Spock. Ich nehm' nicht. Ich nehm' nicht. Ey, hast du schon Eisen? Ja. Hast du schon Redstone? Ja. Oh, das wird jetzt schon was du mir geben. Ich bin in sowas wie ner Mini-Schluck geworden, da ich hab' mal Ausgang gefunden. Ich bin aber in einem Ausgang. Wichter Döner, wichter Döner, wichter Döner. Ja, die Dicken, die sind nämlich so dickig. Die nehmen schon 14 Minuten auf, okay. Ich grab mich jetzt ein und mach einen kurzen Tag, okay? Grab du dich auch ein? Wir nehmen aber dann trotzdem gleich die Folge noch gleich auf. Ja, weil wir so spannend waren wollen. Ja, das ist voll geil. Warte, ich grab mich jetzt ein. Okay, und eingegangen, also tschüss Leute, ciao, bis zum nächsten Mal und tschüss.